Von Gott kommt das Licht, von Gott kommt die Gesundheit, von Gott kommt die Hilfe. Nicht von der Winde, äh, sage nicht an ich, dein Gott, hätte dich verworfen. Du selber, Volk, hast mich in meinen Propheten und Werkzeugen verworfen. Du selber hast das Kommende an Schrecken und Beinen auf dich geladen. Nun, nimm nun hin, was du gesagt. Meine Kirche ist mir untreu geworden. Zu mir hat er gesagt, meine Kirche ist so eine Kloake geworden. Amtskirche. Dies soll jetzt in der nun kommenden Zeit des Wehs und der Schrecken offenbar werden. Wenn ihr in eine Stadt geht, das ist ja eine gespänzte Stadt. Die Früchte werden es das ganze Volk erkennen lassen. Perlen hat sie meine ungetreue Kirche vor die Schweine geworfen. Mit allen gebuhlt. So mögen nun die Schweine sich umkehren und sie anfallen. Und das ist ja schon. Aufgrund der immer wiederkehrenden Zensur auf YouTube ist dieses Video nur auf dem Schwertbischof-TV-Kanal vollständig zu sehen. Dieses Video vom 10. Februar 2021 ist dort publiziert unter dem Titel Finsternis wird über die Menschheit kommen. Der Eifer für den Herrn verzehrt mich. Wo war je ein Prophet, den ihr nicht verfolgt habt? Volk, nimm nun hin, was du gesät hast. Die Kirchen darf man nur noch mit einer Mondwindel betreten. Homosexualität im Vatikan Die Gläubigen werden vor weltliche Richter geschleppt. Gott gibt jedem sein Kreuz, mit dem er in den Himmel kommen kann. Und vieles mehr auf dem TV-Kanal des Schwertbischofs. Abonnieren Sie den Schwertbischof-TV-Kanal jetzt. Den Direktlink www.schwertbischof.tv finden Sie unten in der Beschreibung.